Ich möchte gerne eingehen auf die Beziehungen zwischen Komitat Wasch und dem Südburgenland. Ich erachte diese Landkarte als wichtig. Das heißt, die tausendjährige Grenze des Komitates Wasch verlief ja hier beim Fluss Lafnitz. Und es ist dann halt eine Grenze entstanden, die Siedlungen durchquerte und voneinander trennte. Und was haben daraufhin die beiden Staaten getan? Zwischen 1922 und 1949 gab es nur 15 Grenzübertrittsstellen in dieser Region. Und es kam dann eine weitere Periode ab 1949. Entlang der Grenze von 105 Kilometern Länge gab es einen einzigen Grenzübergang. 1964 kam dann der zweite dazu. 1976 erst der dritte. Und ab dem Jahr 1991 war ich der Direktor des Komitats Straßenverwaltungsamtes. Und ich habe mir das so vorgestellt, dass sich die Situation wohl ändern wird. Und viele Ungarn sind deswegen doch recht traurig, dass wir zwischen 1994 und 2002 zwei Grenzübergänge eröffnen konnten. Zwei weitere. Ich möchte ein Beispiel bringen. Den Namen der Gemeinde werde ich hier jetzt nicht erwähnen. Aber es ist ein existenzielles Interesse dieser kleinen Grenzgemeinde, dass ungarische Kindergartenkinder den Kindergarten besuchen. Dann möchte ich zum Beispiel die Schule in Rechnitz erwähnen, wo 65 ungarische Kinder die Schule besuchen. Im Oberwarter Krankenhaus arbeiten 18 ungarische Ärzte, unter anderem auch Oberärzte, die tagtäglich pendeln. Das heißt, es gibt kein österreichisches Interesse oder ein ungarisches, es gibt ein gemeinsames Interesse. Ich hoffe sehr darauf, dass bis 2015 wir so weit sind, dass es 25 Grenzübertrittspunkte geben wird. Und dadurch die Möglichkeit bestehen wird, in einer Entfernung von höchstens 4 bis 4,5 Kilometern die Grenze zu passieren. Diese Bestrebungen und Arbeiten zur Eröffnung von neuen Grenzübertrittsstellen entlang der österreichisch-ungarischen Grenze läuft gerade aktuell in Ungarn aus EU-Fördergeldern. Wir haben auch einen österreichischen Partner aus Graz und die einschlägige Studie bzw. das Konzept wird im Mai kommenden Jahres fertiggestellt. Und ich hoffe, dass in der Folge diese 25 Grenzübertrittsstellen zur Verfügung stehen werden.